was schaden macht das ist 1235 im bogen 700 okay es ist die armbus die würze feuer hatte durchlass kraft feuer hatte 1 1 feuer hatte 20 wir brauchen eine schwarzpulver mühle um das nächste abgabe zu verpassen mm-hmm wow okay okay So, dann gucken wir mal. Ach ja, kurz 37, ja, kann ich hier nicht machen, okay. Ja, da müssen wir mal gucken, was das jetzt kann, das Ding, oder nicht kann. Muss ja mal gucken, wo kann ich dir nochmal einstellen, dass meine Zombies halt auch selbst einen, äh, Zombie haben. Das ist bei den Skills, das ist das, Fähigkeiten. Bei... Ach so, ja, stimmt. Äh, Kettenhacken. Und wenn du dann halt diese Dinger hast... Ach so, doch, Kettenhacken hab ich aber... Ja. Ja, die können halt nicht jeden hacken. Aber nur das, nur das untere, deswegen, also... Ja, also jeder deiner Zombies darf noch einen Zombie haben. Aber das machen die nicht. Ja, hast du solche Hacking-Helme? Ja. Die hattest du die ganze Zeit ja gehabt. Ja, nicht jeder geht, ne? Darfst leider nicht jeden Zombie hacken. Nur die halt, ich glaub, frei sind oder sowas. Die hätten ja trotzdem immer mal einen Zombie auf dem Kopf. Ja, gut, klar, ja. Ich weiß nicht, also... Bei mir machen die das automatisch. Äh... Äh... Ja, nun... Zombies, was verlangst du? Ja. Ich hab hier nicht irgendwo was... Nee... Ach doch... So... Herstellen... So... 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 Guti, wir können weitermachen. Oder ist er schon unterwegs? Ach nee, noch nicht. Nö, nö. Nö, nö. Ich muss noch mal ganz kurz gucken, ob ich was... Ja, Munition muss ich mal herstellen. Munitiones. Munitiones. Türchen. Hm. Das weiß ich noch nicht. Was haben wir denn eigentlich für Quests? Türchen. Ich bin das Türchen zu Alfred Davis. Ja, eines der vielen Türchen. Aber kann man ja machen. Nö, ist ja... noch extra Erfahrung? Ja, klar. Da können wir mal hin. Ja, guck mal hin, du. Dicke Kübe. Dicke Kübe. Du musst übernehmen. Übernehmen musst du. Übernehmen. Nicht übergeben. Ach so. Ja, ehrlich. Lass die Hose trocken, Kollege. Oh yeah. Dachte ich jetzt, das wäre ein Macho-Man. Ja. Aber wirklich. Ja. 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 Okay. Haben wir jetzt abgegeben hier den Müll. Äh. Ja, da wir immer noch mehr Türchen haben. Na gut, dann... Ja, aber mehr haben wir erstmal nicht, ne? Nee. Finde Bob. Finde Bob. Oder warte mal. Wir können doch das Raketen-Ding upgraden oder nicht? Oh ja. Stimmt. Ja, wir haben das Ding ja gefunden. Hä? Das haben wir ja gar nicht als Quest oder irgendwie sowas. Bring es jetzt an. Vielleicht nicht aktiv, aber... Du kannst auch nichts auswählen. Haben wir ja nicht. Ach so. Haben wir gar nicht. Ich hab grad geguckt. Äh. 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 Ach so, das ist ja hier... Scheiße. Stasi oder sowas. Ja. Warte mal. So. Upgrade. Na guck mal an. Boah. 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 Ich kann noch mal upgraden. Ähm. Haben wir echt noch mehr davon geflossen? Ja. Die Raketen-Tür kommt jetzt erst. Äh. Ja bitte. Raketen-Fenster brauchen wir jetzt. Äh. Ja. Yeah. Well, ähm. Sehe ich das richtig, dass wir uns mit der Rakete auf unseren Planeten schießen müssen, oder was? Zum Mond. Ach. Da, wo dieser Tusk da ist. Ja. Ja. Keine Anlehnung, nein. Nee, nee, ach, hä? Nee. Wie? Hä? Elmo-Tusk. Oh Gott. Warte mal. Finde Bob. Ja, aber, hä? Ja, aber kommen wir denn nicht da durch die Lagerhallen? Doch, klar, oder nicht? Finde Bob. Lagerhallen? Nee, nein, guck mal auf die Map. Ja. Neben uns, ganz rechts, also nicht ganz rechts, sondern da hast du ja diesen Eingang nach Tusk Town. Und dann hast du da, finde Bob. Aber das bedeutet doch einfach nur, dass wir da durch müssen, der ganze Zeug, und dann kommen wir in diesen Lagerhallen wieder raus. Wir wissen ja, dass wir Bob finden müssen. Ach so, da meinst du. Ja. Das hat mich jetzt gerade ein bisschen verwirrt. Ja. Wie kommen wir denn jetzt wieder zu Bob? Eigentlich doch Chemiewerker, aber da können wir ja nicht durch, oder? Oder wie er war? Ich geh mal zu Fuß. Ich geh mal zu Fuß, das ist ein Weg. Einfach, um da zu dem Pfeil zu gehen, für den Bob. Gut. Ich geh dabei zum Chemie und versuch mal, die Luft anzuhalten. Ich geh mal. Ich geh mal zum Chemie, vor allem. Chemie drin rein. Bin ich richtig? Ja. So. Hier lang. Da lang. Bin ich richtig immer noch? Ja. Warum gab's hier das Tutorial? Hexer zum Bot. Ihm stinkt Tiere. Ja, okay. Das ist ja... Nee, da kannst du echt, oder? Ich trau mich jetzt nicht durchzulaufen. Er müsste ja eigentlich nur kurz kurz... Oder nicht? Eigentlich ja. Weil das ist ja nicht ein Meterweg, sondern das ist einfach nur hinter die Ecke. Ja, ich weiß nicht, ob er bei der ersten Berührung gleich down geht. Ja, ich gehe bei der ersten Berührung down. Ja, das hab ich mir beinahe gedacht. Dass man sich nicht mehr berühren darf. Das traf ich nicht. Das ist doch keine Säure. Das ist doch einfach nur Gas. Ach so, jetzt bin ich... Ah, ja, 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 ja. Nee, das ist nur... Ach, ja, okay, alles klar. Das ist also Quatsch, dem Weg zu folgen. Okay. Ich verstehe es nicht. Wie kommt man denn da jetzt wieder hin? Müssen wir die blauen Lagerhallen machen, dass wir dann orange bekommen und von orange dann irgendwie rot? Also, der Abschnitt hier ist ja wirklich verwirrend irgendwie. Naja. Wir stellen uns einfach nur blöd an. Leute, den haben wir gar nicht gesehen hier, den zum Aktivieren. Oh, ja, nö. Das zähle ich nicht. Husky Town. So, jetzt wollen wir mal gucken, ob wir Karte... Finde Bob. Ach so, das ist nur der Weg, der halt da hinführt. Ach so. Deswegen, ähm, ja. Uninteressant. Uninteressant. Dann komme ich mal zu dir. Ja. Was ist da Phase? Naja. Ich verstehe. Ne, wenn es einmal, dann... Ja. Gut gemacht. Können die Zombies mal aufhören, da drüber zu steigen? Ja, sie ist es nämlich gar nicht so einfach. Ja, ich weiß, was du meinst. Aber ich glaube, das ist ja diesmal nicht... Ja, ja, schief. Ne, das ist... Ich glaube, das ist nicht so gewollt. Na gut, hätte ja sein können. Schade. Noll. Hä? Ja, ich habe ihn durchgeschoben. Das ist wie vor Aschen, Alter. Ich frage jetzt halt nur, wohin jetzt? Ja. Ja. Also... Weiter geht's nicht. Ja, okay. Dann ist das nicht gewollt. Oh. Ne, ne, komm da nicht hin. Das ist... Naja, ich kann dich auch glaube ich gar nicht wiederholen jetzt. Hm. Ne, dann halte ich mich auch hier nicht weiter auf. Gut, wie gesagt, wir haben ja noch die blauen Hallen. Also da können wir ja noch ein bisschen aufräumen. Ja, das können wir. Wie sie alle über diese Steine rutschen einfach. So, hier zum Beispiel. Ja, genau. Ach, Camp schädig ist. Leck mich am Arsch mit deinem Camp. Aua. 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 Willst du mich verarschen? Was denn? Hast du nicht gelesen, was dran stand? Nein. Normales Gewehr. Ach so. Ja, gut. Ich hab noch im Camp gesagt, ich mach jetzt die Armebrust und dann für nichts Gewehr. Ähm. Oh, ne, die bleiben da. Hier sind zwei Elite. Ich hasse es. So. Na bitte. Mann. Oh, hier geht Treppe hoch. Ja. Okay. Okay. Und hier geht wieder Treppe runter. Alles klar. Alles klar. Hallo, da bin ich wieder. Okay. Oder hat man das jetzt mal gesäubert. Ja. Sauber. Clear. Oh, da waren wir noch nicht. Genau. Na ja, ist alles orange hier, aber. Ich dachte, hier ist irgendwo ein Teleport, damit ich mal schnell zurück kann. Es ist... Verarsche. Da kann ich... Ach, scheiße. Wenn ich zurücksetze, ist alles weg. Na, toll, danke. Muss ich nochmal alles neu skillen. Das stimmt, ja. Hier ist ein Teleport. Ja. Ein bisschen Tempo. Ja. Nee, das brauche ich nicht. Ach, das. Was geht das denn nicht? Hä? Für mich jetzt was gilt? Ach, nee. Ja, habe ich mich tatsächlich. Schöne Scheiße. Nochmal. Verskilled. Verskilled. Was kann man machen? Haben wir den orangenen Schlüssel eigentlich schon? Ich glaube nicht. Aber du kannst es mal ausprobieren, vielleicht. Ja, achso. Na gut, okay, alles klar. Fehlender, orangenen Schlüssel. Mhm. Knallschläger. Ein bisschen. Schaschlik. Hm. Und so. Ja. So, wo war jetzt nochmal ein Teleporter? Ach, da unten. Okay. Aber komm ich da hin? Ja, okay. Ja gut, dann gehe ich mal ganz fix zurück. Ja, alles klar. Und upgrade das mal. Du kannst ja normalerweise ein bisschen Reinigung machen. Reinigung? Ja, nun. Ja. 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 Mhm. Ja. 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 Wo ist es denn? Das kann ich noch gar nicht. Warum nicht? Fehlende Zutaten. Ich brauche Fell. Wo kriege ich jetzt wieder Fell her? Von Jagdgebiet. Ach nee. Dauert bei mir ein bisschen länger. Ach so. Ja, ich brauche zweimal Fell. Oder Leder. Je nachdem, wie man es sehen möchte. Na, dann mach mal. Ja, dann. Kann ich nebenbei so ein bisschen auch Salbei sammeln. Für Heilung. Ja, das wäre natürlich auch nicht schlecht. Ja. Ach so, da komme ich gar nicht. Beute. Aber hier sind keine Tiere. Jetzt muss ich krampfhaft auch noch Tiere suchen. Ja, herzlichen Glückwunsch. Ja, da freust du dich. Ja, da habe ich Bock drauf, du. Ja, das sind Gänse. Ja, das sind Gänse. Ja, da habe ich mir eine Gänse. Ja, eben. Ach so, hier sind wir da drüben. Ja, alles klar. Ja, das ist jetzt gerade ein bisschen blöd. Da komme ich gar nicht so, weiß ich gar nicht, was jetzt hier Phase ist. Ja. Wir könnten aber einen kleinen Break machen vielleicht. Das könnte man durchaus machen. Ja. Dann fünf Minuten. Oh, hä? War doch vorhin erst noch 30 irgendwie so weit. Ja, genau. Jo, dann mal kurz einen Break da. Machen wir. Bis gleich, Leute. Bis denn. Das können wir dir jetzt hier sehen. Bis STEVE!